Herr P. Meier, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zum Interview zur Verfügung stellen zum Thema Videotherapie. Ich bin Physiotherapeut in Nürnberg mit eigener Praxis und arbeite spezialisiert primär auf Skoliosis, Scrapula Allata, Videotherapie und CMD, also Kiefgerlegungsprobleme. Seit wann bieten Sie Videotherapie an? Seit September 2019 schon. Damals nur natürlich privat, aber seit dem Zeitpunkt hatte ich Videotherapie in meinem Angebot ja. Wie sind Sie darauf gekommen, Videotherapie anzubieten? Ich hatte eine Anfrage von einem Patienten in Villingen-Schwenningen. Das ist doch ein ganzes Stück weg aus Bayern. Und da war die Frage, ob er jedes Mal kommen müsse zur Therapie, eben wegen des Scrapula Allata. Die Patienten sind meistens weiter weg. Und ja, dann kam eben die Idee, das Ganze via Videotherapie zu machen. Ich habe das Ganze dann versucht, rechtlich abzuklären, sprich DSGVO-konform, das Programm und so weiter. Ja, und dann konnten wir loslegen und hat auch gut funktioniert. Das heißt, Sie haben ja, bevor es zum ersten Mal während des Lockdowns ermöglicht wurde vom GBA, hatten Sie Vorerfahrung und waren im Prinzip ja schon erfahren und ein alter Hase, was die Videotherapie anging. Ich hatte alles in der Schublade. Das Einzige, was neu war, war die Sache mit der Unterschreiberei, wie das natürlich zu lösen war, was ja dann aber auch kein echtes Problem darstellte. Und insofern konnte ich direkt am nächsten Tag, hatte ich meinen ersten Termin tatsächlich. Okay. Welche Vorteile sehen Sie bei der Videotherapie? Ganz wichtig ist natürlich immer die Zeitersparnis für den Patienten, sage ich jetzt einfach mal. Das ist das, was der Patient natürlich als erstes sieht, auch die zeitliche Flexibilität, die dadurch natürlich entsteht, weil er einfach dadurch, dass die Fahrzeiten wegfallen, andere Termine noch wahrnehmen kann. Die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch höher spezialisierte Therapeuten mit einer größeren Distanz auch in Anspruch nehmen kann, obwohl halt eben nichts ist im Umkreis von fünf Kilometern, finde ich, ist auch was, was da zum Tragen kommt. Und eine Therapie trotz Quarantäne zum Beispiel, was jetzt momentan auch öfters bei meinen Patienten vorkommt, sind ja überwiegend Schüler oder andere Hinterungsgründe, was weiß ich, Kinderbetreuung, weil das Kind krank ist oder so. Das ist natürlich auch eine gute Sache, weil man dadurch auch weniger Ausfälle hat oder Ausfallgebühren und solche Spielereien. Und was ich auch noch sehr schätze, ist, dass man den Patienten mal im Homesetting sieht. Also sprich, man sieht, wie er die Übungen auch zu Hause ausführt und ausführen kann. Was hat er eigentlich für Material wirklich zu Hause? Denn ich meine, in der Praxis fragt man schon, was hast du denn? Ja, das und das ist schon da, müsste da sein. Das ist dann schon das Nächste, wann sie es wieder haben. Und dann sieht man aber auch, ist der Stuhl wirklich geeignet oder hat er jetzt doch wieder irgendwas, was dagegen spricht? Oder sitzt er einfach falsch, was er zu Hause einfach nicht erkennt? Und ich natürlich in der Therapie, in der Praxis auch nicht erkennen kann, weil ich es ja nicht gesehen habe. Ja, das ist ein Einblick, der Ihnen sonst entgehen würde. Absolut. Aktuell ist es ja so, dass der GBA also geprüft, ob eben Video-Bad-Therapie bei Heilmittelbehandlung überhaupt Sinn macht und wenn ja, bei welchen. Was würden Sie denn sagen, außerhalb von Ihrer Patientenklientel, welche Indikationen vielleicht aus der Physiotherapie noch infrage kämen dafür? Grundsätzlich eigentlich alles, was man irgendwie ein Übungsprogramm für zu Hause schon mal gibt. Ob das jetzt nach einer Knie-OP sein kann, also später natürlich, wenn jetzt die Schwellung etc. schon abgeklungen ist, wo der Patient viel zu Hause selbst machen muss, wo die Therapie eigentlich mehr ein Coaching ist und ein Begleiten durch diese Zeit dem Patienten Sicherheit geben, da bietet es sich überall an. Also sprich, wo man auch Hausaufgabenprogramme überprüfen muss, ist es korrekt ausgeführt, wo wird es ausgeführt, mit welchen Mitteln wird es ausgeführt, wie ich bereits angedeutet habe. Okay. Als letzte Frage. Der GBA beschließt es ja im Oktober 2021, wie es dann weitergeht mit der Videotherapie. Jetzt aktuell ist es befristet bis 31.01. Wir wissen noch nicht so genau, wie es danach weitergeht. Würden Sie es befürworten, die Videotherapie in die Regelversorgung aufzunehmen? Absolut. Derzeit auf jeden Fall absolut, weil wie gesagt, es ist als Ergänzung zur Präsenz, fände ich es wirklich einen absoluten Gewinn. Klar hat man natürlich gewisse Einschränkungen. Eben der Unterschied zwischen 2D und 3D ist natürlich gerade bei Skoliose und solchen Sachen hoch. Die Befundung ist natürlich lange nicht so gut möglich. Daher eben auch die Präsenz absolut notwendig. Aber eben die Vorteile, finde ich, sind für beide Seiten, also sowohl von Patienten als auch von Therapeuten gegeben und kann somit auch die Therapie absolut bereichern, möchte ich echt sagen. Vielen Dank für Ihre Meinung und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.